Kann man Resilienz lernen? Kann man seine eigene Resilienz weiterentwickeln und die systematisch trainieren? Oder ist das einfach etwas, was uns mitgegeben wird? So wie beispielsweise meine Körpergröße. Die könnte ich jetzt auch nicht beliebig trainieren oder weiterentwickeln, sondern das habe ich in meinen Genen gehabt. Das war schon vorhergesehen, da kann ich auch gar nicht viel dran machen. Und insofern macht es auch wenig Sinn, ein Körpergrößentraining durchzuführen. Aber macht es bei Resilienz Sinn? Ist Resilienz sowas wie die Körpergröße oder ist es etwas, was wir wirklich weiterentwickeln können, wo es sich lohnen könnte, ein Training zu machen? Und die wenig überraschende Antwort ist, natürlich kann man Resilienz weiterentwickeln, natürlich kann man Resilienz trainieren. Ich hätte ansonsten in meinen Seminaren ja ein großes Legitimationsproblem, denn genau das versuche ich ja mit solchen Seminaren. Insofern kann man Resilienz weiterentwickeln. Es gibt natürlich Menschen, die bessere Voraussetzungen mitbringen als andere. Aber wenn wir systematisch trainieren, fallen diese Voraussetzungen nicht mehr so sehr ins Gewicht. Ich vergleiche das dann immer mit einem 10-Kilometer-Lauf. Stellen wir uns vor, wir sind jetzt alle bei einem 10-Kilometer-Lauf angetreten und aufgrund günstiger Gene und aufgrund günstiger Kindheitserfahrungen haben manche Menschen in diesem 10-Kilometer-Lauf jetzt 50 Meter Vorsprung. Und ich gehöre vielleicht zu denen, die ein bisschen Pech gehabt haben genetisch, vielleicht auch unglückliche Kindheitserfahrungen gemacht haben und die einfach Pech hatten und ich bin jetzt 30 Meter im Rückstand. Aber es ist ein 10-Kilometer-Lauf. Wenn wir jetzt lang genug laufen und fleißig trainieren und üben, fallen diese Unterschiede irgendwann nicht mehr so sehr ins Gewicht. Ich werde vielleicht nie der resilienteste Mensch aller Zeiten werden. Das ist aber okay und das ist auch gar nicht mein Ziel. Ich will ja für mich resilient werden, ich will mich ja nicht mit anderen vergleichen. Aber genau so, wie nicht jeder Mensch oder nicht jeder Mann, der 1,60 groß ist, der beste Basketballer aller Zeiten werden kann, das ist einfach so, gibt es vielleicht Menschen, die so viel Rückstand haben, dass sie nie zum resilientesten Menschen aller Zeiten werden. Darum geht es aber auch gar nicht. Es gibt eine Menge 1,80 Leute, die NBA spielen, die also richtig gute Basketballer sind. Die haben ja nur andere Aufgaben, andere Funktionen. Die stehen meistens nicht direkt unterm Korb. Und deswegen die eigene Resilienz weiterzuentwickeln, das kann man immer. Und die individuellen Unterschiede, die gibt es, aber die fallen nicht so stark ins Gewicht, wenn wir jetzt einfach lang genug trainieren und lang genug laufen.